Willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2, die Karpagnen Remastered Version für den PC. Ich würde sagen, wir machen hier weiter, wo wir als letztes aufgehört haben. Legen wir los. Roach, Ghost, Common, Ghost, hören Sie mich. Hört mich jemand? Sie sind tot, So. Shepard hat aufgeräumt. Ich kämpfe mich zu Ihnen zurück. Shepard hat uns verraten. Dafür muss man jemandem vertrauen, das tat ich nie. Nikolai, kommen, haben Sie unsere Position. Positivpreis. Aber nicht nur ich. Shepard's Männer befinden sich auf einer Seite, Makarov's auf der anderen. Dann müssen wir sie alle erledigen. Ordered, wir lassen Sie sich gegenseitig erledigen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. So, Shepard will uns und Makarov's gleichzeitlich ausschweißen. Auf geht's. Begeben Sie sich zum Sammelpunkt. Der Feind meines Feindes. Ich bin ja schon unterwegs. Hier ist Price. Die Landeszone ist heiß. Wiederhole. Die Landeszone ist heiß. Okay, Captain Price. Bin unterwegs. Bringen Sie die Situation unter Kontrolle, bevor ich da bin, okay? Wie Sie meinen, Nikolai. Aber beeilen Sie sich. Ich bin doch schon auf dem Weg. Sehr schön. Auf geht's. So, Makarov's und Shepard's Männer soll sich möglichst gegenseitig ausschalten. Wir können mit Ihren Funkgeräten Ihren Funk abhören. Ich werde versuchen, Makarov zu kontaktieren. Ah, Raketenwerfer. Makarov, hier ist Price. Shepard ist jetzt seit Klingelt. Macht einen schönen Sitz. Er hat Ihren Einsatzplan und einen Blanko-Shack. Geben Sie mir, was Sie von Shepard wissen und ich erledige den Rest. Ich weiß, Sie können mich auf diesem Kanal hören, Makarov. Oh, shit. Wir wissen beide, dass wir es keine Woche schaffen werden. Genauso wenig wie Sie. Makarov, kennen Sie das alte Sprichwort? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Weiß. Sie werden merken, dass das in beide Richtungen funktioniert. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Shit. Ich werde versuchen, Makarov zu kontaktieren. Makarov, hier ist Price. Shepard ist jetzt ein Kriegsfeld. Er hat Ihren Einsatzplan und einen Blanko-Shack. Geben Sie mir, was Sie von Shepard wissen und ich erledige den Rest. Ich weiß, Sie können mich auf diesem Kanal hören, Makarov. Wir wissen beide, dass wir es keine Woche schaffen werden. Diese verdampfen Hunger, ey. Makarov, kennen Sie das alte Sprichwort? Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Weiß. Sie werden merken, dass das in beide Richtungen funktioniert. Shepard ist auf Position Hotel Bravo. Sie wissen, wo das ist. Wir sehen uns in der Höhne. Mann, ist das in jedem verdammt ein Nest, oder was? Das ist ein größer Sakai, wenn die zu ihr sauf sind. Oh, shit. Vor mir, hinter mir. Ein bisschen Unterstützung wäre nicht schlecht. Ja, das war wieder haarscharf, ey. So, lassen Sie sich nicht festnageln. Sie müssen weiter nach Wesen zur Schlafbahn. Ja, da muss ich erstmal hinkommen. Oh, Granate, shit. Haben sich gut versteckt, ey. Aber aufs Zerzalz sind die Hammer, ey. Spiel gespeichert. Nikolai, wo zum Teufel sind Sie? Sandstürme, Russ und Kandahar, Captain Preiss. Ich muss Sie umfliegen. Für einen Crash kriege ich nicht genug bezahlt. Ah, hier ist dann schon... Action, Jackson. Wir geben sich immer noch zum Sammelpunkt. Kleine Sau, ey. Oh, muss ich sehen, alle scheiße. Einfach rausrennen ist einfach nicht möglich, ey. Gute Nacht. Gute Nacht. Granate. Partie einstecken, Wahnsinn. Oh, was ist das denn? Oh, muss ich sehen, wird knapp. Ich muss mal eine andere Waffe hier nimmst. Okay, dann wollen wir mal. Boah, 80 Meter noch, ey. So, ich habe eine Transport gefusten. Auf nach Westen, wir treffen uns auf dem Weg. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Der sieht doch, was hier los ist, ey. Holy shit, ey. Du kommst da nicht durch, ey. Ah, geht doch. Käpt'n Preis, ich hebe in einer Minute ab. Sie beeilen sich besser, wenn Sie hier weg wollen. So, wir haben nicht viel Zeit. Nikolai wird nicht auf uns wach. Werde uns. So, wir brechen auf. Oh, hier. Da sind so viele. Entschuldigung. Gut verstanden. Hinter uns. Rechte Seite, rechte Seite. Besthalten. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Aber gerade so, ey. Wir haben eine gute MP. Die haben 1000. Wir wissen nicht mal, ob Makarovs Daten was taugen. Der gesunde Menschenverstand wacht nicht morgens auf und denkt, dass es der letzte Tag sein könnte. Aber das ist wohl Luxus. Kein Fluch. Zu wissen, dass man dem Ende so nah ist, ist eine Art Freiheit. Zeit zum Binanzieren. Weniger Waffen und Leute, nicht bei Verstand und ein Selbstmordkommando. Aber der Sand und die Felsen hier durch jahrtausende Krieg gezeichnet. Sie werden sich an uns erinnern. Deswegen. Denn aus unserem riesigen Arsenal an Albträumen ist dies derjenige, den wir für uns ausgesucht haben. Wir gehen energisch vor, wie die Naturgewein. Mit Stärke im Herzen und einem Ziel in Sicht. Wir machen ihn fertig. Das war eine richtige geile Mission da auf dem Flugplatz. Ich warte dann am Aufnahmepunkt. Drei Stunden. Das ist ja alles ohne Rückflug, Ticket, Kumpel. Dann fehlt Glück, mein Freund. Das ist ja sowieso nur ein reines Ballerspiel. Wie in alten Zeiten. Taksim. Afghanistan. Cool. Coole Waffe auf jeden Fall. Ich warte thermische Schwankungen. Die Höhle muss die Henseits der Kante liegen. Lässt sich auf jeden Fall sehen, die Knarre. Sekunde. Feinpatrouille. Nicht schießen. Anscheinend war auf Makaros Datenverlass. Gut, sie teilen sich auf. Sollen sie ruhig. Ah, stimmt. Der Dekodierungscode war hoffentlich seine Preis wert. Glauben, halber auf. Plus wird gesichert. Over. Bravo. Sandsturm. Im Moment ist kaum was zu sehen. Over. Lulu. Ah, wir starten mit der Patrouille östlich entlang des Canyons. Nördliche Zufahrt. Over. Auf die Gruppe rechts, direkt unter uns konzentrieren. Die erledigen wir zuerst. Ich übernehme die beiden Links. Auf mein Zeichen. Drei. Zwei. Eins. Los. Und neutralisiert. Sehr schön. Verledigte Ziele. Wir müssen die andere Gruppe ausschalten, bevor sie zurückkommen. Los. Wir sind dabei. Schnell. Vorwärts. Und dann die anderen. Ja, die anderen sind... Ja. Da haben wir rund. Na dann los. Hier festpacken. Coole Aussicht. Vier Oxide. Können Sie mich hören? Over. Na dann mal runter. Los. Hey, ich bekomme keine Meldung von vier an der nördlichen Kanzstraße. Könnte am Sender liegen. Hab zwei Ziele unterhalten. Guter Tag. Los. Los jetzt. Das abseiten war schon cool. Ziel voraus. Noch nicht angreifen. Patrouille nähert sich. Nach links. Schnell. Hast du die Ketten ausgeschaltet? Passieren was? Roger 7 Oxide. Wir haben den Kontakt zu die Sidewheel 5 verloren. Vielleicht nur der näher kommende Sandsturm oder ein kaputter Sender. Ein Team zum Überprüfen senden. Over. Verstanden, Oxide. Ich schicke Wenzel und Lammert. Roger 7 Ende. Erledigen Sie die rauchende Wache oder warten Sie, bis er weitergeht. Das war seine letzte Kippe. Ach du Scheiße. Zwei Ziele in diesem Korridor. Nicht schießen und links halten. Disciple 5 Oxide. Statusbericht. Over. Soap. Dead one. Zwei Ziele mit Lampen kommen die Treppe unter dem roten Licht runter. Direkt voraus. Ich übernehme den Rechten. Auf mein Zeichen. Drei. Zwei. Eins. Fertig. Los. Und weiter. Disciple 6. Wir haben den Kontakt zu Disciple 5 verloren. Nachsehen. Over. Oben auf den Treppen. Er gehört mir. Verstanden, Oxide. Wir sind auf dem Steg Richtung Dampfraum. Bereithalten. Er macht es schon. Disciple 6. Licht aus. Eindringen und sichern. Es geht los. Bereit machen. Türladung platziert. Bereit zum Eindringen. Sollen sie mal kommen. Suchmuster Echo Charlie. Los. Da sind sie. Feuer frei. Woa wo kommt denn Asiak? Schon wieder halbtot hier. Geht schon mal geil aus. Ey, was ist denn hier los? Gehen Sie mit dem Einsatzschritt in Position. Ich erledige den Widerstand. Ja, da muss ich erst mal hinkommen. Er ist erledigt. Krass, ey. Oh, überall Fässer hier. Oh, weiter. Ja. 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 Nein, da ist der Wisch! Man, hier siehst du kaum, ey. Okay. Ja. 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 Ich renne jetzt einfach durch, ey. Oh, falsche Waffe, super. Bleib liegen. Oxide Butcher 5. Hab eine gekappte Zündschnur. Wir brauchen 10 Minuten für die Kiste, um das EWC scharf zu machen. Negativ. Null Kiegel will diese Ladung in weniger als 3 Minuten Chance haben. Erledigen Sie das Ende. Sie haben den Kontrollhaus versiegelt. Eine Sprengladung an die Tür. Bisschen Sprengstoff ist gut. Bisschen Sprengstoff ist gut. Umgehen Sie die Türsteuerhob mit der Kastatur. Manche Sprengstoff sind gut. Tür aufmachen, und rennt die Zeit weg! Oh, 12 Sekunden noch. Runter, Feuervision, Anklag in der Nähe, runter! Jo, alles klar, ey. Und wann hat Shepard ein Problem mit Gefahr? Los! Dicht lang, und wir folgen! Ja, dann, let's go! Sir, der Langsturm ist heftiger Fluteinsätze in Suryskamp. Rückstarten, in Richtung Turbel, wir nehmen die Oste. Ja, starten! Ich wollte das Hebrot, wenn wir uns aufstehen! Das ist eine Lauer! Und den Fluch gefahren! Ist ja ein Irriger! Keine Ahnung, Bewegung! Mann am Boden! Sie befolgen der Standard-Pruzide. Beschäftigen wir Sie! So, jetzt können wir. Seine Aktivität regiert! Mann verloren! Auf zum Tunnel, ey! Jetzt bleibt doch mal liegen, ey! Kleine Ratte! So, hier nach! Los jetzt! Shepard hat Boote erwählt! Es muss einen Fluss in der Nähe geben! Los! Das ist fürs Protokoll. Die Sieger schreiben die Geschichte. Die Geschichte ist voll von Lügen. Wenn er überlebt und wir sterben, wird seine Wahrheit Geschichte. Und unsere geht verloren. Shepard wird ein Held sein. Denn um die Welt zu ändern, braucht es nur eine gute Lüge und einen Fluss voll Blut. Er steht kurz davor, die größte Lüge der Geschichte zu vollenden. Seine Wahrheit wird die Wahrheit, falls er überlebt und wir sterben. Sie sind direkt um die Ecke! Los! End Phase! So, auf das Boot! Bin schon unterwegs, bin schon unterwegs. Oh, ist der Boot zügig, ey! Oh, ist der Boot zügig, ey! Oh! Das war das! Das war schon wieder so knapp! Dann werden wir mal ein bisschen rumfallen, hier. Ah! Was ist das hier denn? Und Boote noch. Oh Alter ist das krank. Ey das gibt es doch ja nicht. Das sind so viele ey. Von auf dem Gewinn in der Wehrweite. Verweihe die Witterwürde, bevor die Geschütze hochfahren. Das ist ja Wahnsinn. Oh shit ey. Links, links. So, wir können die Kopter ausweisen. Strom, schnell voraus. Wir können die Witterwürde in festhalten. Normalerweise würde ich ja schon nichts um mich kippen. Boah, dieser verdammte Hubschrauber. Ey, dieser verdammte Hubschrauber. Ey, was geht denn hier ab ey. Ja, super. Alles klar. Ist ja nicht mehr normal. Hubschrauber, Boote, Gegner, Autos, Raketenwerfer. Sogen sie die Absturzstelle. Na, das wird ja wohl nicht so schwer sein. Kann ich helfen? Aber dir kann ich helfen. Oder auch nicht. Komm her, du Sau. Der hat ein bisschen geklingelt, dein Kopf. Vor fünf Jahren habe ich 30.000 Männer in einem Atemzug verloren. Und die Welt hat untätig zugesehen. Morgen werden uns nicht die Freiwilligen fehlen. Da gibt es genug Patrioten. Ich weiß, sie verstehen das. So, dann werden wir uns erstmal die Knarre holen. Ich weiß, sie sehen, sie sehen, sie sehen, sie sehen. Ich weiß, sie sehen, sie sehen, sie sehen, sie sehen. Ich weiß, sie sehen, sie sehen, sie sehen, sie sehen, sie sehen. Ich weiß, sie sehen, sie sehen, sie sehen. Ganz einfach. Ich weiß, sie sehen, sie sehen, sie sehen. Ich weiß, sie sehen, sie sehen, sie sehen, sie sehen. Ich weiß, sie sehen, sie sehen, sie sehen, sie sehen. Auf jeden Fall sehr geil gemacht, ey. Für die Dream Master Version. Sehr, sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Stopp, weil ja unsere letzte Mission und sehen uns auf jeden Fall im nächsten Spiel. Also, haut da rein und bis dann. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.